So, unsere Jungs wackeln fleißig vor sich hin. Sehr gut. Wir wollten Farmen bauen. Dafür brauchen wir noch jede Menge Dünger. Den haben wir doch gerade erst weggestellt, genau. War das der richtige? TurboFarmPlot. Der sieht irgendwie mit diesem Symbol hier genauso aus wie die anderen auch. Aber ich hoffe mal, da kommt so ein weißer Aufbau raus. Und jo, sehr schön. Du musst nicht gelöhnt werden, umso besser. Aber wir brauchen Samen. Aber von den richtigen Sachen. Was essen unsere Jungs denn? Karotten, oder? Brüllen wir mal Karotten. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Karotten kriegen wir sonst irgendwie fast immer. Karottensamen. Karottensamen. Und einmal normale Samen von dem Vogel. Schöne Sache. Also einmal Karotte, nochmal Karotte. Wir brauchen aber noch viel mehr davon, um unseren Bedarf zu decken. Denn die drei durchzufüttern, wird eine Ecke dauern. Also wir brauchen noch mehr Gras, noch mehr Dünger. Das müsste machbar sein. Und wir brauchen ebenfalls Dünger für die Grassohlen hier. Das wurde nämlich letzten oder vorletzten Patch auch noch mit reingeschmuggelt. Habe ich mir jetzt schon mehrfach sagen lassen. Was einerseits natürlich ganz nett ist, da es das Ganze ein wenig schwieriger macht. Man muss also mehr Zeit investieren, um Dünger zu sammeln zum Beispiel. Aber andererseits auch ein wenig komisch. Denn Gras wächst eigentlich so schon ganz gut. Aber ja, ist nicht so der Aufwand. Und außerdem haben wir noch jede Menge Freiwildsohlen quasi, die wir abfarmen können, ohne uns da groß Gedanken zu machen. Wilson's Magen schreit auch schon wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Fallen hier oben wurden nicht ausgelöst. Ja, okay. Ja, stimmt, das Ei ist auch weg. Wir sollten die vielleicht einmal umsiedeln. Komm mal mit. Du, 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 du. Du und zuallerletzt du auch noch. Und wir wollen euch neben die Spinneneier stellen. Jedenfalls so ungefähr. So. Und die anderen Fallen müssen wir euch auch noch holen. Wenn die Stacheln fallen. Wenn dann noch welche da sind. Wir hatten ja auch ein paar Lager aufgestellt. Ne, da sind noch zwei. Sehr gut. Du und du, komm mit. Und Wilson's Bad kann auch bald mal wieder ab. So, du dahin. Du dahin. Und ihr seid auch gespannt. Sehr schön. Können wir da jemanden rauslocken? Nö, wollen nicht. Okay. Dann provoziere ich die auch nicht. Weil wir brauchen weder das Fleisch noch die Spinnenseide gerade. Jedenfalls nicht so wirklich akut. Wir brauchen nur Gras und Dünger. Und Steine. Aber davon haben wir genug. Und ich bin froh, dass immer noch so viel Dünger zu finden ist. Wir haben hier in der Zeit doch schon recht viele Yaks verloren. Also zwei, drei haben wir selber umgebracht, weil sie so laut geschnarcht haben. Aber auch beim Wolfangriff beim letzten haben wir, glaube ich, ein oder zwei verloren. Bei einem Feuer. Ich glaube, die Spinnen hatten es nicht geschafft. Ah ja, trotzdem relativ viele schon verloren. Aber die verteilen sich ja über die ganze Insel. Das passt schon. Auch wenn wir jetzt ein bisschen weiter laufen müssen, um den ganzen Dünger zu bekommen, kriegen wir es ja trotzdem hin. So, wie viel Gras haben wir jetzt? 31. Das sollte eigentlich erstmal reichen. So, Dünger kommt mit. Dann machen wir jetzt nochmal so langsam einen Bogen Richtung Heimat. Also südlich. Mit gelegentlichen Umwegen, um Dünger aufzusammeln. Blumen ignorieren wir. Gras können wir auch ignorieren. Und da würde ich gleich gerne nochmal was testen. In den Kommentaren stand nämlich, dass ich doch das Gras und das Holz weiterverarbeiten könnte zu Seilen bzw. Planken und das dann erst verforschen. Weil es doch angeblich viel mehr bringen würde und ich das ja auch getestet hätte. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das getestet hatte. Und es war nicht so, dass es mehr brachte. Aber das ist ja auch schon wieder zwei, drei Patche her. Also kann noch was geändert worden sein. Das heißt, das probieren wir gleich auch mal aus. Döckchen können auch mal alle mit. So, es wird spät. Richtig. Dann schmeißen wir mal ein davon da rein. Ich glaube, acht brauchten wir noch für den, ne? Ne, nur sechs. Gut. Also noch zwei Dünger da rein. Rest wieder ein Rucksack. Und die Turbo fahren bitte da hin. Das Fleisch kann in den Kochtopf. Die Jungs können wir gleich aufheben. Die werden mich sofort anfangen zu frieren, sobald es dunkel wird. Und ich glaube, wir können sie jetzt schon ans Feuer legen, ohne dass sie anfangen zu schwitzen. So, nicht essen, nicht braten, einfach nur hinlegen. Sehr gut. Genau, jetzt wollte ich testen, wie es mit dem Holz ist. Also für Bretter brauchen wir vier Stück Holz. Wir nehmen ein Stück Holz und erforschen das. Wir sind bei 175. Wow, das bringt sechs Punkte. Okay, dementsprechend müssten vier Bretter in Form eines Holzes 24 bringen. 24 wären 205. 208. Okay, es wurde gepatcht und es bringt drei Punkte mehr. Dafür muss aber auch eine Weile rumhantieren, um das Ganze herzustellen. Aber ja, allgemein rentiert das sich wohl inzwischen schon. Gut zu wissen. Die Samen werden dann auch gegessen. Ein paar neue werden gekocht. So. Wie lange hat das eigentlich letztes Mal gedauert, bis das Küken geschlüpft ist? Ich glaube, das waren drei, vier Tage. Das heißt, in drei, vier Tagen sollten wir einigermaßen Essensvorrat schon fertig haben, damit wir später nicht mit Drängendes kommen. Also werden wir morgen früh auch wieder lostingeln, wieder Dünger einsammeln. Was brauchen wir noch? Nutgas, ne? Steine haben wir noch mehr als genug. Also ja, damit wir noch eine vierte Farm bauen können. Was brauchen wir noch? Wir brauchen langsam wieder ein bisschen Fleisch. Also können wir entweder Hasen jagen gehen. Oder ein paar Käfigfallen bauen. Also wir haben ja oben schon im Nordosten irgendwo ein paar von den Käfigfallen für die Vögel hingestellt, weil die sonst zu viel Radau machen. Aber die könnten wir noch ein wenig ergänzen. Was haben wir denn da? Käfigfalle. Da brauchen wir vier Spinnennetze für. Nö. Das mache ich doch nicht. Die Spinnennetze sind zu schwer zu bekommen. Und ja, wir haben momentan 26. Aber das heißt nicht, dass es schwer ist, die normalerweise zu bekommen. So, so ist es richtig. Wir haben 21 Büffelwolle. Wie viel braucht man für den Hut? 16. Oh, sehr schön. Haben wir inzwischen nur Forschungspunkte. Ein Winterhut. Hä? Oh, oh, oh. Jungs schwitzen. Sehr gut. Ist der Winterhut neu? Ich habe das gerade verwechselt mit dem Büffelhut. Also wir haben... Stopp, stopp, bleib stehen. Wir haben hier unseren Winterhut. Wir brauchen vier Büffelfellen nur und vier Spinnenseile. Wir haben hier irgendwo noch... Daper Vest, Spinnenhut, Strohhut. Da haben wir den richtigen Büffelhut. Hm. Also wir können uns beide leisten. Und der kostet nur 30 Forschungspunkte. Ist ja echt nicht viel. So, Büffelhut. Zack. Das sieht doch schon mal sehr imposant aus. Um nicht zu sagen lächerlich. Und Ege meinte, wir könnten jetzt Büffel reiten. Das wage ich Ege zu bezweifeln. Denn es wäre einfach nur zu cool, wenn das ginge. So, Büffel, wo bist du? Wir sollten den Sperr hier aus der Hand nehmen. Das werden die aus Versehen pieksen. Und da ist ein Büffel. Das ist ein Büffel. Du willst mich jetzt aber nicht besprengen, oder? Folgst du mir? Nein. Also er starrt mich irgendwie ganz komisch an. Da wird mir unheimlich. Machst du das ohne Hut auch? Ich gehe mal ohne Hut ran. Ne. Starten wir auch ohne Hut an. Können wir den Hut aufsetzen? Nein. Hm. Können die Dinger verschieben? Ist auch nicht schlecht. Aber das konnten wir auch schon vorher. Ich sehe nicht so wirklich, was der Büffelhut bringt. Vielleicht verteidigen sie uns jetzt eher. Hm. Müssen wir später noch ein bisschen mit experimentieren. Fürs Erste soll es uns reichen, dass wir das Ding überhaupt erstmal haben. Kommt er in unsere Hutsammlung und dann ist gut. Solange wir die Zeit und Geduld haben, rauszufinden, wie das funktioniert. Das kommt jetzt erstmal alles mit. Noch mehr Dünger. Und danach probieren wir mal diesen Weihnachtshut aus. Der braucht ja auch Büffelfell. Wo ist der Weihnachtshut? Taperwestbüffel. Dann brauchen wir das Forschungsding jetzt wieder für. Ja, okay. So, Büffelhut weg. Das Ding so. Und in drei Tagen kommt schon wieder der nächste Patch. Mal gucken, was sich da einfallen lassen. Das geht ja immer noch recht schnell bei denen. Hätte ich nicht gedacht. Normalerweise ist ja in den ersten paar Wochen ein tierischer Hype drumherum. Gerade wenn die Verkaufszahlen gut sind. Und sobald Fassier das Spiel hat, der es dann haben möchte, hört es mit den Patches komischerweise auf. Und hey, unser erster ist geschlüpft. Sehr schön. Hallo, Smallenbird. Willst du einen Samen? Jo. Sie essen also einfach nur rohe Samen. Das ist auch gut. Zack, Nummer zwei. Nummer drei müsste dann auch gleich schlüpfen. Nein. Ach du. Das ist nicht gut. Schon sind unsere Jungs nur noch ein Duett. Das Fleisch können wir trotzdem mitnehmen. Ja, das Ding verstauen wir jetzt nicht irgendwo. Und wir müssen daran denken, dass wir nicht in die Nähe von den Spinneneiern gehen, weil da noch mehr Fallen sind. Das finde ich aber ganz schön mies, dass unsere eigenen Handlanger quasi unsere Fallen auslösen. Das hätten sie geschickt erlösen können. So. Isst ihr auch Karotten? Nein, sie essen keine Karotten. Okay. Das können wir uns also auch sparen. Hauen wir einfach ein paar normale Samen da rein. Da und da. Und die anderen beiden kriegt ihr zu essen. So, du und du. Jetzt müsste jeder mindestens einen gehabt haben. Einer sogar zwei. Und jetzt laufen wir mit den beiden einfach ganz normal rum, wie bisher auch. Und warten, ob die irgendwie größer werden. Fleisch mochtet ihr nicht richtig? Nö. Nehmt ihr einen Büffelhelm. Oh, wir können denen was geben. Setz mal einen Büffelhelm auf. Nö, will er nicht. Willst du dir einen Footballhelm? Die geben-Option irritiert mich ein wenig. Also irgendwas werden wir ihnen geben können. Wir können sie angreifen. Nein, danke. Einen Hasen wollen sie nicht. Und damit können wir sie auch nur angreifen. Angreifen. Oh. Was war das? Ich bin irritiert. Oh. Okay. Das gucken wir uns gleich mal an. Erstmal zurück ins Lager. Wir können jetzt Gras ausheben. Also nicht das Grasgras, sondern den Bodengras. Wozu das da ist. Müssen wir mal gucken. Also ich hatte ja vorher schon mal rumexperimentiert, ob die Bodentypen Unterschiede machen. Also das Heu hier, das dunkle Gras und das helle Gras. Aber da habe ich nichts rausgefunden. Und jetzt haben wir hier eine Grassohle, die wir nicht wieder einpflanzen können. Okay. Essen wir erstmal eine Kleinigkeit und buddeln dann noch ein wenig mehr aus. Das da. Rechte Maustaste. Zack. Zack. Geht davon, die Schaufel ist auch kaputt. Wir sind bei 74. 73. Ja. 1% geht jetzt mal weg. Okay. Können wir die vielleicht verbrennen? Ja, können wir. Scheint sogar recht viel zu bringen. Können wir die jetzt hier wieder anpflanzen, weil da nichts drauf ist? Ja, können wir. Also ist das zu Deko-Zwecken. Das heißt, wir könnten jetzt hier alles wegbuddeln. Denn den Grastyp, den wir gerne hätten, irgendwo von hier oben holen und hier hinstellen. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Also ja, für Ordnungsfanatiker, die ich ja eigentlich auch bin, ist das zwar ganz nett, aber dafür gibt es noch zu viele andere Sachen, die einen dabei stören. Wie zum Beispiel, dass man die Sachen nicht ordentlich in Reihunglied aufstehen kann. Weil die dieses komische Feld um sich rum haben, wo nichts stehen darf. Das, äh, ja. Aber na gut, wir haben jetzt eine Quelle gefunden für Brennmaterial. Auch wenn denn irgendwann unsere Insel aussehen wird, wie ein Brachland. Aber für Notfall ist das schon mal ganz praktisch. So, die Jungs schlafen. Der Hut kann erst mal verstaut werden. Bis wir wissen, was er macht. Und wir haben eine Menge Holz. Äh, so. Ich will jetzt keine Waffe in der Hand haben, damit will ich aus Versehen unsere Jungs angreifen. Und hätte gerne ein wenig Holzbretter. Die werden gleich verforscht, damit wir wieder auf 200 kommen. So. Die werden nachts irgendwie immer wieder wach. Hm.